und weiter geht es hallo ok weiter geht es wir sind immer noch und hält ok er verhalten müssen wir müssen durch irgendeinen kalten raum der hat uns die tür und dumm ist durch und runter glaubt kennt jetzt dies wird schon los ne Arsch sein ok nochmal das war so ja deswegen das schaut schon besser aus oder weil ich glaube der App stürzt davor und die Energiehaushalt aufpassen weil jetzt tatsächlich ist 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 der 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 die nach make sure you don't genau das habe ich befürchtet da können jetzt nämlich eine gegner genau diese so schöne texturen ja 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 da frage ich mich story mäßig okay story mäßig macht es natürlich wenig sinn mich gleich umzubringen aber mit meiner verständnis her sollte das ja schon so so jetzt sieht wir ja da müssen wir uns flüchten nach der Opinion so das ist schön so objekt der begierter weil es ist das einzige was wir jetzt noch jetzt beginnt die sache wieder oh 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 wo war du rausgekommen offensichtlich doch noch nicht so oft gespielt am na das war nur ruhig runter runter wir müssen doch einmal zu wenig drauf immerhin mal weg aus dem untergrund das ist übrigens bei half life 2 dann schon ein bisschen angenehmer dass es mehr aus okay okay ja die gewonnen so zerronnen ja das ist auf mal 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 zu mal mal dann kann ich ja gleich eine durchschmümen wenn ich so tue Was ist das? Was ist das? was Oh, come on. Gut, also, jetzt wird es glaube ich wieder ein bisschen jump and run, jump and run. Oh, das ist schon wieder ein paar Teile, oder? Was ist das wert? und schauen wie sich das half-life 2 das schau aber Ah, nicht so rein. Ah, das ist Prenzig. Was the f**k? Was ist das? ... Oh Entschuldigung, das ist gut. Ah, krass. Wir wissen nichts. Wow. aber ja 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 ist und runter und laden und unglaublich das die hat kann lächst sehr frucht ist der Input so so fein eingestellt alles die förder fänder für der fahrt der fahrt aber leicht hier ist führig da ist Schwierigkeitsgrad verzeiht. Komm, 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 komm. Oh, das ist nicht mein Dog heute. Wie hast du eigentlich das Level? CDU-Processor. Ich denke, ich bin ein West Wing geworden. Ich habe die Pacer-Koß. Das ist klar. Ich habe die Hedprap mit Weißen lassen. Okay. Das ist so großartig. Ah, Munitionsmessor ist es wieder hier zu sehen, das ist schwierig. Jaaaaaa Das ist die eine. Mal gucken mal. Ja, da fahren wir jetzt wieder hin. Ja, da fahren wir jetzt wieder hin. Heiß, heiß, heiß. Das finde ich schon volls gleich aus. Ah! Jetzt wird es interessant. Jaaaa Okay. Das ist ja. Mannlich. Mannlich. Und noch mehr in den Tierspringen. Wee. No radiation. Das war der Pfad. voll wollen die würde er wieder her jetzt mal ja 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 gut questionable ethics Oh! 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 Gitter! Ah! Oh! 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 Oh ja! Ich hab's gewusst! Das ist geil, oder? Oh! 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 Also auf den Knopf sollte man nicht drücken. Ah, auf den Knopf muss ich drucken! Ah, shit! Und lass jetzt von dem Keeper coole Waffe jetzt noch! Hallo, nicht wie soll? Das war jetzt nicht der einzige, der noch frei um erlaubt. Das ist jetzt das große Problem. Hallo! 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 Ah! Son of a bitch! Nee? Achso. Weiter geht's. So. Komm her. Na endlich! Ja, da geht's sowieso drauf. Also das ist jetzt bar nicht 17, glaube ich. Thank you! So, jetzt werden wir uns da mal up to date bringen. Ähm, da hinten haben wir nix mehr. Da kennen wir leider nicht aus. Exels denied. Ah, Sucker war nix. Da wollen wir eigentlich raus. Aber... Ja. Da ist die Blutschiefe. Da ist die Blutschiefe. Ne. Da ist die Blutschiefe. Ne. Da ist die Blutschiefe. Wieso drückt der auf den Knopf? Hm. Du musst ihn noch fahren. Ne. Super. Ich geh jetzt nicht weg. Oeeeey, da kann man ganz viel weg. Ist das eine Scheide? Oh, da kriegen wir unsere kleinen Löhmchen. Das finde ich ganz witzig. Nein, nein, nein. Oh, jetzt mir hinter. Oh, na, 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 na. Okay, das ist ein bisschen weg. Okay, das ist ein bisschen weg. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na Hat's mit dieser auch einmal was geschafft, oder? Komm, komm, komm. Nimm da auf! Oh, komm, komm. Das war's für heute. Was ist das? Ja, die Dinger explodieren einfach. Das ist ein bisschen das Schießen, wenn sie keinen Gegner finden dürfen, sind sie jetzt so geil. Oh Gott, das ist ein paar. Oh. Geh mir nicht mehr. Oh, nehm. Geh mir nicht noch. Oh! Oh! Power 35% Power 50% What is this thing? Is it some kind of weapon? Put that down. It's a prototype. Man, why are we using it? It's much too unpredictable. Don't let it overcharge. What do you mean, overcharge? I'm good at the GOAT. Oh, there's a War 5. Oh, it's time for me to explode. Oh, that was fun. And our mission is done. OK, Control. Oh, let's go down. O. K. Oh, these are all horrible. Oh, come on. Go on. Das war's für heute. so so Das ist der Ort, der Ort. Und? Kratzen. So müssen wir noch schauen. Genau, das wurde schon. Kräste, Pedon! Kratzen. Kräste, Pedon! Fin. Kräste, Pedon! Geh, Pos-neig! Gut. Es geht weiter, oder? Es geht weiter, oder? Let's go. Lead the way. I certainly hope you know what you're doing. There keeps swimming. You are going to have to leave me here, Gordon. Have I been that much of a burden? Glad to oblige your fellow scientists. I refuse to go another step. Ah. Nah. Nah. Das wär jetzt zu Anfang. Alles witzig wär. So, wie doch jetzt geht das? Was ist da ohne eigentlich? Alter. Hier hätte einer schon können, gell? Ja. All right. Okay, okay, commit. Commit. Bravo. Oh. Oh. I'll stay here. Fine. You won't even know I'm here. Yes. Let's go. I don't suppose you reconsider. I'm going to stay here and wait for my colleagues. My brains and your brawn will make an excellent team. So. Und der geht da sonst gar nicht mit, oder? I certainly hope you know what you're doing. I'll wait. Yes. I refuse to go another step right. You're going to have to leave me here, Gordon. Na, commit. Let's go. Ich brauche den. So. Ich brauche den. Ich brauche den. Der Luke herauf, Freundchen. Ja. Die versteckt mich, weil es wird jetzt kein Spaß. Ich brauche den. Ich brauche den. ...many of our peers along the way. But if you do survive, and somehow make it across the base, you'll end up at the Landing Palace, where the rest of the science fan is taking shelter. I wouldn't care. I don't care. I don't care. Wow. The Palace for today. Surface Tension. Bis zum nächsten Mal.